ich habe ihn mit eigenen augen gesehen wie er da vorbeigegangen ist mit sein geist und das ist ja unfassbar in unter drei minuten heilige wir sind gut zusammen ich bin schön wenn du das wachst ich hätte gesagt nur noch eine runde oder zwei und dann will ich horn an sturm spielen okay wir müssen wir genießen gemeinsam war sich wieder verdrückt drei wochen wo bist du bist du da wake up schreib was an die wände who are you who are you im er hat mit mir gesprochen hat er hat gesagt kids spirit books und emf sensor ja 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 ich werde nicht mitbekommen ich war nämlich um auf dem dach und wo bist du darf noch mal bitte wo bist du ihr bitte noch mal nein er sagt no gesagt irgendwas mit nein hat er gesagt hat er auch gesagt warte mal kann es denn noch okay also an die wand mal kann ich ja nicht fragen was kein geist mehr gibt es okay ich gucke meine kameras bist du lieb das eigene licht schickert mich da hinten dass es nicht ausgeht ich habe irgendwas gehört hallo ich glaube er hat mich angeschnitten er wird aktiver wo bist du er ist verrückt er hat den fernseher angemacht er spielerisch er hat den fernseher angemacht er hat den fernseher gerade angemacht gibt es den geist was das so ist ja spirit er hat den fernseher gerade angemacht als ich in den kameras geguckt habe also wenn das kein spielerisch ist dann weiß ich auch nicht weil das ist schon ein zeichen dass er den fernseher anmacht sag ich doch ich bin ich kann einfach der könig am könig